Die Bundesagentur für Arbeit hat heute die Zahlen für den Arbeitsmarkt im Monat April herausgegeben. Wie sich die Arbeitslosigkeit in den vergangenen vier Wochen im Landkreis entwickelt hat und wie es derzeit auf dem Stellen- und Ausbildungsmarkt aussieht, erläuterte die Chefin der Arbeitsagentur Zwickau, Dr. Regine Schmalhorst. Wir haben eine erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen und haben mittlerweile auch nur noch eine Arbeitslosenquote von 8 Prozent. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Stellenseite, haben wir weiterhin eine gute Nachfrage zu verzeichnen. Sie ist nicht mehr ganz so hoch wie im März. Da hatten wir einen sehr hohen Aufschwung an Stellen, was bedingt war durch die Wiedereinsteller und die große Nachfrage im verarbeitenden Bereich und bei den Personaldienstleistern. Doch wir sehen, dass wir auch jetzt im April weiterhin eine gute kontinuierliche Nachfrage über alle Branchen haben. Wir sind aktuell natürlich dabei, auch den Ausgleich auf dem Ausbildungsmarkt so weit wie möglich mit voranzubringen. Wir haben immer noch eine Vielzahl offener Ausbildungsstellen und auch junge Menschen, die auf Suche sind. Und hier appelliere ich an die jungen Menschen, wenn sie noch nicht sich entschieden haben, kommen sie gerne zu uns zur Arbeitsagentur. Wir beraten sie gerne in der Berufsberatung. Und an die Arbeitgeber nochmal der Appell, melden sie ihre Ausbildungsstellen. Wir werden versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen. Für den Bereich Ausbildungsmarkt bietet die Arbeitsagentur Zwickau in der kommenden Woche wieder einen Informationstag an. Am 8. Mai ab 14 Uhr werden wir unbekannte Berufe vorstellen. Und diesmal haben wir ein paar, der gar nicht so unbekannt ist, aber vielen doch noch Fragen aufzeigt, nämlich der Bereich kaufmännische Berufe. Sie sind herzlich willkommen, gerade die Jugendlichen. Schauen Sie gerne bei uns im Berufsinformationszentrum vorbei. Es befindet sich im Erdgeschoss der Arbeitsagentur in der Pölbitzer Straße 9a.